Moin zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video erkläre ich dir das Grundprinzip des Ablegens mit dem Motorboot. Wenn du vor hast den Sportboot Führerschein zu machen, dann empfehle ich dir mein Buch Seemannsknoten, Knoten für die Sportboot Prüfung. Da erkläre ich dir alle für den Sportboot Führerschein wichtigen Knoten, und zwar Schritt für Schritt, einzeln mit Abbildungen und jeweils darunter noch ein Text in dem ich erkläre was gemacht werden muss. Das Buch enthält insgesamt 12 Knoten und wird dir auch nach der Prüfung eine gute Hilfe sein. Einen Link zum Buch findest du unten in der Videobeschreibung. Ich erkläre in diesem Video das Ablegen mit dem Motorboot, wenn es längsseits fest gemacht ist. Was ich hier zeige ist aber nur das Grundprinzip des Ablegens, denn es kann von Boot zu Boot unterschiedlich sein wie es gemacht wird. Dein Motorboot aus Bilder hat auf jeden Fall recht wenn er es anders erklärt, weil der weiß wie es bei seinem Boot am besten funktioniert. Wie man ablegt hängt auch vom Wind ab und deshalb sollten wir uns vorher überlegen woher er kommt. Auch die Strömung kann auf das Manöver Einfluss haben. Wenn der Steg hier nicht an einem ruhigen See, sondern an einem fließenden oder tidenabhängigen Gewässer liegt, kann es sein, dass uns der Strom entgegen oder aufs Heck kommt. Merken wir uns, beim Ablegen müssen wir Wind und Strom mit einberechnen. Jetzt sagen wir mal der Wind kommt von oben, das Fähnchen auf dem Steg weht nach unten aus, also überlegt sich der Schiffsführer, dass er in die Vorspring eindampfen will. Das Wort Eindampfen kommt noch aus der Zeit als Schiffe mit Dampf angetrieben wurden. Das hier ist die Vorspring und in die dampfen wir ein. Dafür müssen wir die anderen Leinen lösen und damit das Boot so lange am Steg liegen bleibt, müssen wir das Ruder einschlagen und zwar steuert der Steuermann vom Steg weg. So drückt sich das Boot an den Steg, sobald der Motor in den Vorwärtsgang geschaltet wird. Nachdem die Zündung eingeschaltet wurde, legt der Steuermann den Vorwärtsgang ein und drückt den Gashebel ein bisschen nach vorne. Das Boot nimmt Fahrt nach vorne auf und die Vorspring spannt sich. Bis die anderen Leinen eingeholt sind, möchte der Steuermann am Steg liegen bleiben, deshalb muss das Ruder eingeschlagen bleiben. Würden wir es gerade stellen, würde uns der Wind vom Steg wegdrücken. Jetzt wird die Crew angewiesen die Leinen einzuholen. Sind diese auf Slip gelegt, kann man sie vom Boot aus einholen. Hier sind sie jetzt aber jeweils am Boot und am Steg belegt, deshalb muss das Crewmitglied auf den Steg gehen. Als erstes holt er die Vorleine ein und dann die Achter springen. Jetzt ist das Boot noch mit zwei Leinen fest, mit denen man das Boot im Notfall auch noch sichern könnte. Nach dem Kommando des Steuermanns holt die Crew dann auch noch die Achterleine ein. Die Crew kommt zurück an Bord und der Steuermann legt das Ruder um. Jetzt dreht sich das Boot langsam mit dem Heck vom Steg weg. Damit der Bug nicht verkratzt, muss die Crew aufs Deck gehen und zwischen Rumpf und Steg einen Fender halten. Deshalb gibt der Steuermann bevor er das Ruder umlegt das Kommando klar zum Eindampfen in die Vorspringen. Und wenn die Crew die Fender bereit hat und auch sonst alles vorbereitet hat, sagt er, ist klar. Das Heck dreht sich vom Steg weg und wenn das Boot jetzt genug Platz hat um nach hinten wegzufahren, stellt der Steuermann das Ruder gerade und stellt den Motor in den Leerlauf. Jetzt hält der Wind das Boot vom Steg weg, die Leine wird lockerer und der Steuermann gibt das Kommando die Vorspring einzuholen. Danach kommt die Crew zurück ins Cockpit, setzt sich hin und jetzt kann der Steuermann vom Leerlauf in den Rückwärtsgang schalten. Was man nie machen darf, ist direkt vom Vorwärtsgang in den Rückwärtsgang zu schalten. Dann geht das Getriebe kaputt. Man legt also den Rückwärtsgang ein, aber nicht zu kräftig, sonst wird der Druck auf das Ruder zu groß. Das Boot fährt jetzt rückwärts, schräg vom Steg weg. Hat man sich so genug Raum nach vorne verschafft, schaltet man wieder in den Leerlauf und danach in den Vorwärtsgang, schlägt das Ruder ein, also hier nach Backbord, gibt ein bisschen mehr Gas und kann wegfahren. Richtig Gas geben wir aber erst, wenn wir uns entfernt haben, denn in der Nähe von Steganlagen gilt Sog und Wellenschlag vermeiden. Das Ganze funktioniert auch gut, wenn vor unserem Boot noch ein anderes Boot liegt und wir vermeiden wollen dieses zu touchieren. Die Vorspring verhindert dann, dass wir zu weit vor fahren. Ein anderes Problem das auftauchen kann ist, dass der Wind oder der Strom von vorne kommen. Wenn wir dann in die Vorspring eindampfen, kann es passieren, dass der Wind bzw. der Strom auf die Seite des Rumpfes drücken. Wenn dann die Vorspring gelöst wird und das Boot noch keine Rückwärtsfahrt aufgenommen hat, kann das Boot entweder mit dem Bug am Steg entlang kratzen oder das ganze Boot wird wieder zurückgedrückt. Deshalb dampft man in diesem Fall nicht in die Vorspring, sondern in die Achterspring ein. Das Prinzip ist das gleiche, nur gibt man jetzt keine Vorwärtsfahrt, sondern ein bisschen Rückwärtsfahrt, dreht das Steuer aber wieder vom Ufer weg. Diesmal muss die Crew das Heck abfändern. Dann wird das Ruder umgelegt und das Boot dreht sich vom Steg weg. Der Wind unterstützt die Drehbewegung. Wenn sich das Boot weit genug weggedreht hat, schaltet der Steuermann wieder in den Leerlauf und gibt das Kommando die Achterspring einzuholen. Dann kann das Ruder gerade gestellt und ein bisschen Gas nach vorne gegeben werden. Das Boot entfernt sich vom Steg, man kann etwas mehr Gas geben und wegfahren. Ob man nun in die Vorspring oder in die Achterspring ein dampft, hängt vom Wind und vom Strom ab. Meistens ist der Strom stärker. Wenn der Wind von vorne kommt und der Strom von hinten, dampft man trotzdem in die Vorspring ein, weil der Strom dann die Drehbewegung des Bootes unterstützt und der Wind zu schwach ist, um von vorne dagegen zu drücken. Ein Motorboot ist auch nicht ganz so windanfällig wie zum Beispiel ein Segelboot. Wenn Dir das Video gefallen hat, dann gib ihm doch einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal, damit Du das nächste Video nicht verpasst. Wenn Du nicht nur Motorboot fahren, sondern auch Segeln lernen willst, dann empfehle ich Dir mein Buch Segeln lernen mit Captain Senator. Einen Link zum Buch findest Du in der Videobeschreibung. Das Buch ist so geschrieben, dass Du Dich mit jedem Kapitel auf Deine nächste Segelstunde vorbereiten und danach nochmal alles wiederholen kannst. Im ersten Teil werden die Segelmanöver Schritt für Schritt anhand von vielen Zeichnungen erklärt. Im zweiten Teil findest Du die meisten für den Sportbootführerschein wichtigen Knoten. Das Buch gibt es auch als E-Book und Buch und E-Book sind super dafür geeignet, sich auf einen Segelkurs vorzubereiten und auch während des Kurses nachzulesen, was man gerade gemacht hat. Es ist sehr praxisnah geschrieben und ich denke Dein Segellehrer wird alles ganz ähnlich erklären und mit dem Buch kannst Du es besser und schneller verstehen und kannst dann schneller segeln lernen. Ich bringe das Buch im Selbstverlag heraus und ich würde mich freuen, wenn Du es Dir kaufst und mich als unabhängigen Autor damit unterstützt. Vielen Dank. Einen Link zum Buch findest Du in der Videobeschreibung. Vielen Dank. Vielen Dank.